Hey Leute, willkommen zurück zu Lawrence of the Fallen. Mensch, so, diese Druckplatte, wofür ist die garantiert nicht für die Tour, okay. Sondern diese wofür? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben noch den anderen Weg zu gehen, der... Aha. Wo habe ich die Tür gehört? War das die Tür? Das war scheinbar wirklich die Tür. So, und wo geht's da lang? Abwärts. Finde ich nicht gut, mag ich nicht, gefällt mir überhaupt nicht. Aber diese Druckplatte, gebet. Und jetzt lauf mein süßer, 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 lauf. Geschafft. Alles klar, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, aber... Und... List, Brustpanzer, leicht. List, 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 was ich nicht alles bekomme. Komm, zeig mal. Nein. Und hier haben wir Harmonie, Weißheit, Symmetrie, kaltes Blut, liebe, den List. Dann kommt's ja gerne. Nein, das gefällt mir nicht. Ja, nackt ist auch cool. Wow, was denn für ein Oberkörper hat? Leckt mich fett. Den habe ich natürlich auch. Ist klar. Nein. Schön, aber überladen. Ähm, okay. Das heißt, ich kann nur so runter, wenn ich hier... Hep. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt noch nicht so weit voranschreiten. Ich will erstmal... Okay, da vorne ging's dann nochmal runter. Jetzt muss ich nochmal nachsehen. Hier ging es nicht runter. Das schaut so nach Bostar unten aus. Gefällt mir ganz und gar nicht. So, verlassene Gegend. Na, wirst du wohl. So, zurückgesprintet. Komm schon, gib Gummi. Jetzt haben wir hier... Lang. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ja, da... Mr. Spineli. Komm. Komm, putt, 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 putt. Sterben. Bitte. Nein, 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 nein. Nicht ich sterben. Muss das jetzt wirklich so ablaufen? Aber sie ist auch gestorben. Oh, verdammt, das heißt, ich muss dann wieder alle machen. Och, nö. Oh. Sakrileg. Schnell, meine Erfahrung. 12.000. So, Mr. Spineli. Komm mal her. Nein, keine Babys. Och, nö. Bist du ekelhaft? Dann kannst du ihn noch so weit spucken. Ähm. Alles klar. Jawohl. Gib mir IP. Kein Problem damit. Ich muss jetzt trotzdem mal rausfinden, wo es da lang geht. So, Spinne. Komm her. Kommst du zu Papa oder Papa kommt zu... Nee, komm du zu Papa. Nein, weißt du was? Zerfetzt. Ha. Ja, ich wusste, das Controller hat vibriert. 700 Schaden. Controller hat schon wieder vibriert. Immer wenn ich... Nee, okay. Und? Hochmut. Kampfstab. Jetzt bin ich ja gespannt. Hochmut. Hochmut. Kommt vor dem Fall. Ja, Verblendung. Den will ich auch gerne benutzen. Aber kann ich noch nicht. Ah. Na, wo ist... Nee, Stickma würde ich gerne benutzen. Sowas. Bitzesitzer magischer Kräfte ist gefährlich. Was? Besitz magischer Kräfte ist gefährlich für den menschlichen Geist. Er wird überheblich. Der Mensch überschätzt sich und lebt zumeist nicht lang. Aha. Ja. Also bist du gar nichts besonderes. Gut, weiß ich Bescheid. Kann ich ja wieder meinen tollen Quamar ausrüsten. Quamar. Das hört sich so cool an. Quamar. Fußroda. Ja, das ist ein anderes Spiel. Wie? Hier ist nichts. Oder muss ich hier über... Nein. Moment. Vielleicht kann ich ja... Nein, auch nicht. Okay. Moment. Kann ich da überhaupt rüber? Vielleicht muss ich da rüber? Oder... Muss ich... Muss ich... Leute, jetzt mal ehrlich. Muss ich da überhaupt lang? Ivan, riskier's nicht. Okay, da unten ist etwas von nichts. Gut. Mich würde ich jetzt jucken, darüber zu jumpen. Aber wofür ist die Frage? Denn so wie es scheint, komme ich hier nicht... Doch, ich komme hier weiter. Okay, ich bin ruhig. Kann ich das öffnen? Nein, das ist... Fest verschlossen. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Das heißt, ich kann jetzt... Doch wieder den offiziellen Weg lang gehen und... Gleich sterben. Nein! Wie doof kann man sein? Herrgott im Himmel. Wie blöd muss man denn... Das gibt es doch nicht. Sowas dumm ist aber auch. Oh, ich habe jetzt so viel zu tun wieder. Mann. Ist doch nicht schön. Aber den da kann ich mitnehmen. So muss das sein, mein Freund. Haha! Saukopf, du! So, jetzt darf ich aber mal speichern, oder? Wäre echt nett. So, ich darf... Punkt investieren. Eins. Oh, Alter, wirklich? Zwei. Haha! So. Level 42 bin ich schon. Tatsächlich. Kann ich... Hier kann ich gar nichts. Nein, Moment. Da unten kann ich auch nichts. Aber hier kann ich... Oh ja! Na komm. So, drei Punkte. Ich gehe einmal in... Oh Gott. Geschicklichkeit. Ein bisschen Energie. Glück ist natürlich... Hm, 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 hm. Glaube, wäre nicht schlecht. Komm, mache ich Schaden und Magie. Kann ich jetzt was Neues benutzen? Nein! Was brauche ich denn für das Stigma? Gott, hab ich viele Waffen, ne? Wo ist Stigma? Da ist Stigma. Was brauche ich dafür? 19 Geschicklichkeit! Ihr habt sowohl nicht mehr alle. Bei euch hackt's. Alles klar, ich muss mich jetzt trotzdem wieder hier durchschlagen. Oh, ist das ätzend. Na, Hauptsache der Große ist nicht mehr da. Er scheint fern zu bleiben. Schön. Das heißt, ich darf jetzt... Ach so, ja. Na, komm her. Komm her, Großer. Komm, spielen! Wo rennst du denn hin? Oh, Gott. Ja, super. Wie viel Glaube braucht das eigentlich, das Neue? Weil... Der Counter läuft hier, ich... Au! Hallo? Ehrlich, 86? Oh, jetzt hör mal auf hier. Jetzt reicht's aber. Freundchen. Was mach ich nur mit dir? Okay, wisst ihr was? Ja, genau, töte mich doch gleich. Du gehst mir auf die Nüsse. Oh, oh. Oh, das gibt es nicht. Stürb, ehrlich. Vollpfosten. Die Truhe ist ja geplündert. So, dann kann ich ja nur noch da lang. Langsam ergibt alles wieder einen Sinn. Okay, gibt's hier bald einen Speicherpunkt? Wäre cool. Oh, da unten ist schon wieder der Vollidiot. Okay, ich kann nicht runter. Ah, da muss ich hin. Ah, das wird lecker. Das wird lecker. Ups. Was? Was? Der hat mich gekontert. Au! Au! Ich seh doch gar nichts mehr. Ihr Schweine! Na, warte. What the fu- Na, komm her. Na, komm. Oh, oh. Komm her. Komm. Au! Ja, wo kommt ihr denn alle her? Ich kann mich ja nicht mal mehr bewegen. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Gott. Nein. Wow. Alter. Das hat ja fast wehgetan. Lass mich mal wieder bitte da hin. Ich muss das mal nehmen. Fäulnis, Schwert. Cool. Und jetzt. Hap. Autsch. Ja. Nein, nein, nein. Lauf, 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 lauf. Jetzt ist es meins. Oh, du wirst sterben, mein Freund. Was? Du lebst noch? Okay, aber nicht mehr lang. Von wegen. Okay, da geht auch nochmal ne Tür auf. Äh. Oh, Speicherpunkt. Oh, yes. Ich seh dich doch. Oh, ja, der Zauber ist cool. Okay, aber wo geht's da lang? Ich hab das Gefühl, mich erwartet gleich was Großes, Schweres. Oh, ja. Oh, nein. Oh, nein. Vergiss es. Ich geh jetzt mal den anderen Weg. Aber ich hab ein Schwert bekommen namens Fäulnis. Das möchte ich mir mal ansehen. Mhm. Da, hier. Teile dieser Waffe wirken lädiert, doch tatsächlich hat sie Berührung mit etwas Organischen und doch übernatürlichen kuriert. Korridiert. 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 Okay, das Wort höre ich wirklich zum ersten Mal. Korridiert. Bin schlecht, Herr Specht. Korridiert. Ja, ich hätte mich abrollen sollen, ich weiß. So, da ist Fenster. Da haben wir das Speicherpunkt. Und hier geht das Tor auf. Dann machen wir erstmal das Tor auf. Hoffentlich kommt die Klinge hier nicht runter. Hallo? Ah, du blöde, kleine, blöde. Irgendwie fange ich an, Spinnen zu hassen. Ich habe soeben eine uralte Nachricht gefunden, welche die womöglich kühnste Schöpfung der Roga beschreibt. Sie ist größer als alle Herrscher, verfügt über eine ungerade Anzahl an Gliedmaßen. Ihr verderbtes Fleisch ist mit Waffen vermischt. Und es steht etwas über Unverletzlichkeit oder Heilung dabei. Ja, das haben wir schon gehört und gesehen, das Vieh. Es hat uns ganz schön zugesetzt. Also die Spinnen müssen zuerst weg, ehrlich. Die sind sowas von ekelhaft. Okay, das Türchen geht auch nicht auf. Aber da war doch noch eine Truhe. Was ist mit derart, die übrig geblieben ist? Greif, Brustpanzer, schwer. Geistrufsplitter, Giftwiderstandsplitter. Okay, das möchte ich jetzt sehen. Greif. Wow. Schön, aber ich bin zu schwer, oder? Sehr schwerfällig. Ja, ja, ja. Das heißt, ich nehme wieder meine Harmonie. Aber ich möchte mal für den Helm. Da hatte ich doch auch den Greif. Ja. Oh, ist das schön. Macht mich jetzt aber nicht sonderlich viel schwerer. Okay, der... Ich müsste eigentlich zum Schmied wieder. Meine schönen Runen. Das heißt, ich muss jetzt da lang, ob ich will oder nicht. Das heißt, ich speichere immer her. Dankeschön. Hier hinauf. Hier hindurch. Und da entlang. Oh nein, Leute. Das schreit doch nach einem Boss. Leute, ich mache hier einen Schnitt. Ich sage erstmal, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Part zu Lords of the Fallen. Und dann hoffen wir mal, dass wir endlich mal diesen blöden Stigma benutzen können irgendwann mal. Wird langsam Zeit. Na gut. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns.